Wir sind Veit Walter und alle Videos zu der... So! Ein Blick in das Wasser, dein Spiegelbild ganz klar, dem Himmel so nah, er taucht ab in das Farbenmeer. Raus aus dem Tunnel, das Licht beinhaltet dich sehr, doch dann erkennst du leicht, du tauchst ab in das Farbenmeer. Die Nacht liegt hinter dir, unsere Füße tragen uns an. Vor uns ist Farbenmeer, ein Meer aus Farben, wie wir noch nicht erlebt haben. Alle Videos zu Kunst im Werk, eine Aktion der TEAG, findest du auf dem Social Media Kanäle der TEAG. Viel Spaß beim Schauen, Veit Walter! Tauch, leck dir ab und spür das Farbenmeer. Dauch, leck dir ab und spür das Farbenmeer textedab 2024 ein gu 620er minaim. Untertitelung des ZDF, StraubSee worth indeed. Dauch, ihr habt ja auch longtime, vier Sport, K крепz, geht ab und spür das Farbenmeer. Untertitelung des ZDF, 2020